So, da bin ich mal wieder zurück und wie ihr seht, ich wurde schon wieder beschenkt. Ihr seid echt wahnsinnig, also ohne Quatsch. Ich muss euch wirklich allen danken, die gleich sich am Kommentieren sind, die mir gratis irgendwas schenken, alle die meinen Creator Code benutzen. Also wirklich vielen, vielen Dank für den ganzen Support und Achir, natürlich danke auch jetzt für dein erstes Geschenk. Wie gesagt, schreibt gern irgendwas in die Kommentare rein, also unter das Video hier, damit ich deinen YouTube Kanal dann verlinken kann. Den werdet ihr dann in der Videobeschreibung finden, gern auch da mal ein Abo dalassen, auch wenn er vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob er überhaupt irgendwas gemacht hat auf YouTube oder generell. Einfach ein Abo dalassen, einfach auf Ehre, weil er ist auch ein Ehrenmann. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns an, was er uns geschenkt hat. Eins, zwei, drei, die Lama-Wippe. Das ist schon ein lustiges Imole. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür. Rüße gehen natürlich raus. So, ich hoffe mal, dass das nett war. Nein, alles gut. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Leveln. Ich werde gleich online gehen, werde ein bisschen Rettet die Welt spielen, gerade mal die 100 V-Bucks heute abholen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.